Bisher tagte er hinter verschlossenen Türen. Jetzt öffnet er sich für die Öffentlichkeit der Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Affäre um den US-Geheimdienst NSA. Das mag wohl auch an der Tagesordnung liegen, denn heute geht es nicht um geheime Erkenntnisse, sondern um Bürgerrechte. Das Gremium will Rechtsexperten zu der Frage hören, was der Staat tun muss, um die Menschen vor Schnüffelei zu schützen. Edward Snowden soll in Berlin vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Das verlangten die Piraten heute erneut vor dem Bundestag. Doch ob es dazu kommen wird, ist weiterhin völlig unklar. Die Bundesregierung lehnt eine Einreise ab. Unabhängig davon begann der Ausschuss heute mit der Arbeit. Experten erläutern die gesetzlichen Grundlagen der Arbeit deutscher Geheimdienste und ob sie in der Lage sind, Deutsche vor Spähangriffen aus dem Ausland zu schützen. Wir haben ja schon schriftliche Stellungnahmen vorab erhalten. Und es wird sehr deutlich, dass diese Schutzpflichten auch in dem Bereich greifen, wo es um Unterlassung geht. Also, wo es darum geht, dass möglicherweise die Bundesregierung oder die Behörden in der Vergangenheit Kenntnis hatten zu der massenhaften, anhaltslosen Überwachung der Bürger und Bürgerinnen durch US-amerikanische oder britische Geheimdienste und dann nicht gehandelt haben. Immer länger wird die Liste der Zeugen. Neben deutschen Spitzenpolitikern sollen nun auch die Chefs großer amerikanischer Internetkonzerne wie Facebook oder Google geladen werden. Weil zum einen natürlich der Verdacht im Raum steht, dass es hier eine freiwillig-unfreiwillige Kooperation vielleicht gegeben hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, es ist auch für die deutschen Nutzer, die ja Google, Facebook und die anderen Konzerne wirklich aktiv nutzen, hochinteressant ist zu erfahren, wie sich diese Firmen dort positionieren. Über Snowden wird weiter diskutiert, auch über die Möglichkeit, dass der Ausschuss nach Moskau fährt und ihn dort vernimmt.